So, jetzt geht man wieder los auf eine kleine Runde OMSI. Und einmal ist man abgelaufen, jetzt mal auf der Linie 22 vom Volkerer Postamt zur 7.0. Wenn OMSI denn möchte. Dankeschön, OMSI. Sieht nicht aus, als wenn da jemand mitmacht. Sieht nicht aus, aber sicher nicht. Bewegung. Nächster Teil ist die Fernauer Platz. Es besteht Übertragung. So wird es da. Danke. 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 Ja, einspaziert. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. Ich danke Ihnen, guter Mann. Ein Ticket. Bitte. Nächster Halt, Arlheim Hauptstand. Das ist ja eine Anforderung von der AVG Kundencenter, bitte hier ausstehen. Zentraler Umsteigepunkt in alle Richtungen. Es besteht Übergang zur Hochbahn, zur S-Bahn, sowie zum Regional- und Fernverkehr. Die Ampel ist nicht fahr. Geht es Ihnen gut, oder soll ich einen Arzt dufen? Sie können ja kaum die Spur halten. Er fährt ja Schlangenlinien. Dankeschön- und Janetstermien hat in die Delta 뒤에 weiter ach operate und viel Spaß dafür zu haben. Sie können ja gut, ich ziehe. ... ... ... ... ... ... ... Im Stück kann ich noch fortfahren. Ich brauche, dass es gut so aussieht. Hi. Kurzstrecke für Schüler. Tja. Ich brauche, dass die Türen schließen. Nächster Halt. Frankenstraße. Nächster Halt. Frankenstraße. Schildkröten. Er ist schon ein Arschlöten. Das ist schon ein Arschlöten. Ich brauche, aber ich nehme dich. Ich brauche, dass ich sie richtig verletzen kann. Ich brauche, dass ich die Türen schlöten habe. Und ich brauche, dass ich die Türen schlöten habe. Okay. Alright. Nee, sag. Hauptschule. Und wir stehen im Rückstau an der Ampel. Und wir stehen im Rückstau an der Ampel. Wir stehen im Rückstau an der Ampel. Und 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 wir stehen im Rückstau an der Ampel. Nächster Zeit, Traumsteinstraße. Nächster Zeit, Traumsteinstraße, Traumsteinstraße. Nächster Halt, UZB Halle, Parkplatz 2. Nächster Halt, AVG Betriebshof Bordwürttemberg. Nächster Halt, UZB Halle, Parkplatz 2. Nächster Halt, der schlichter Fahrstil. Du fährst nicht besser als ich. Kaffee Nächster Halt, Tarnenburger Straße. Sie fahren aber schlecht. Ich fahre jetzt auch nicht besser. Ja, rein spaziert und dann auch spaziert. Nächster Halt, Sängerstraße. Ich hab nur gebremst. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ich hab nur gebremst. 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 Nächster Halt, August-Biebel-Straße. Ich hab nur gebremst. Ich hab nur gebremst. Ich hab nur gebremst. Bitteschön. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Einfach sprechen können. Wenn ich diese Geldforschung nicht nehmen können. Nächster Halt, Viktoriastraße. 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 Nächster Halt, Heinzebeckstraße. Ein Mannsweg steht da. Mannsweg möchte scheinbar nicht mit. 25. Nächster Halt, Warte, Bahnhof. Es besteht Übergang zur S-Bahn. 27. Jetzt soll ich? cupation de MTH. Sparen Sie Marco mit Schwestergg flood aus der S-Bahn in Nerved. So. die 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 Hier ist ein Witz auf der Klappan. Jetzt möchtest du doch hier mit Witz. Weil die mit Zeit dann wirklich rumgegangen ist. Ein bisschen zu schnell du bleibst. Alles zu schnell, zu schnell reingelangt. Sofern es dir möglich ist. Hier wollte ich mit. Okay, dann geht es jetzt weiter. Dann kommt der Kollege auf den nächsten 25. Nächster Halt Adam Oku. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Okay. Dann geht's. Dann gehen wir abends. Okay. Okay. Da steht die Milchbahn. Die rechte Spur ist bei der Hütte entlang. Die rechte Spur ist bei der Hütte. 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 Geht es weiter? Nächster Halt. Gott liebt dein Lavi! Da kann ich spazieren. Hallo? Hier geht's. Also jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht ganz verkehrskonform. Da steht niemand, also geht es weiter. Nächster Halt, Riedlung Polen. Genau. Ja, ich habe auch spaziert. Ist pünktlich angekommen. Ich hoffe, dass die Musiker wohnen. Ja.